Was geht, Leute? Es ist Zeit für eine Challenge. Los geht's! Oh, sieht sie euch an. Sie schlafen tief und fest. Wir sollten sie aufwecken. Ich bin der neue Lehrer. Ich bin wach. In diesem Koffer sind eine Million Dollar. Wer am längsten wach bleibt, gewinnt. Wer einschläft, wird bestraft. Der Sieger bekommt das Preisgeld im Koffer. Wow! Klingt gut, oder? Hey, freut euch nicht zu früh. Nicht vergessen, ihr dürft nicht schlafen. Oh, all die harte Arbeit macht mich müde. Euch auch? Sowas von... So müde. Es ist zu hell. Autsch! Das Kissen brauche ich nicht mehr. Pass auf! Wow, das war knapp. Sieht echt bequem aus. Guter Wurf. Das ist so viel Geld. Ich muss wach bleiben. Es sei denn... Hey, das brauche ich. Hey, schau woanders hin. Das muss ich filmen. Ich bin ein Genie. Echt peinlich. Du brauchst das. Was nehme ich? Wow, hilf mir, bitte. Yes! Ich fahre zuerst ein Augenlid nach. Dann kommt etwas Weiß hinzu. Und nun ein kleiner Kreis. Du hast grüne Augen, oder? Wir brauchen mehr Farbe. Und die Pupille nicht vergessen. Noch der letzte Schliff. Du hast schöne Augen. Danke, ich schuld dir was. Das bleibt unter uns, okay? Und? Wie kommt ihr voran? Ellie ist eingeschlafen. Und Jake ist... Na, sowas. Hm. Jake sieht konzentriert aus. Ellie, du kennst die Regeln. Schlafen ist nicht erlaubt. Wir sollten sie aufwecken. Jetzt, Chris! Okay, Systeme werden hochgefahren. Oh. Ah! Wow, wow, wow. Das muss ich nochmal sehen. Ups, beinahe vergessen. Hm. Ha! Na, sowas. Was ist passiert? Wieso? Aufwachen. Halt. Gut gemacht, Jake. Echt jetzt? Jake geht in Führung. Kaffee ist echt gut. Ich fühle mich so lebendig. Wow. Danke. Hoffentlich hilft das. Oh, ich fühle mich gut. Ich will die Kohle. So viele bunten Farben. Ellie ist hellwach. Oh, ich hab's. Was macht Jake da? Oh, Cookies und Milch. Lecker. Gut, so. Oh, wow. Oh, wow. Trink alles auf. Das ist so gut. Danke, Jake. Mach weiter. Was ist los? Ich bin so müde. Okay. Denk doch mal an das Geld. Ich muss mich verstecken. Ich muss mich verstecken. Ich wusste gar nicht, dass Ellie Kunst mag. Das sollte reichen. Wir sollten sie zudecken. Danke. Oh. Hey, sieh mal. Oh, ich sehe gut aus. Hier drüben. Ich hab schon ewig kein Buch mehr gelesen. Hallo. Ach, komm schon. Oh, ihr könnt mir helfen. Kommt mal her. Ihr müsst ein Foto machen. Super, danke euch. Was soll denn der Lärm? Zwei Jakes? Ich muss träumen. Ich bin zu müde dafür. Aha. Ich sehe eine Schlafmütze. Gut, dass ich vorbereitet bin. Los geht's. Boom. Ah. 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 Erwischt. Ihr hättet eure Gesichter sehen sollen. Bist du verrückt? Immerhin bist du jetzt wach, hm? Wie sitzt er denn da? Nicht schlecht, Kumpel. Soll es ein Witz sein? Das ist ein Fake Jake. Siehst du? Wovon redest du da? Nee, nee. Das ist so unfair. Gut gemacht, Jake. Noch ein Punkt. Yes. Boom. Na, warte du. Boom. Komm mit mir. Es ist Zeit für meinen Plan. Oh, es ist so heiß. Und los geht's. Das würde ich brauchen. Und los. Ups. Rein bis hier. Woher kommt der denn? Aua. Mir nach. Wie aufregend. Es funktioniert. Es funktioniert. Ich muss los. Was geht hier ab? Wo führst du mich hin? Jake ist gleich ein Loser. Ich muss mich hier reinquetschen. Was war das? Hi, Jake. Wie du meinst, Sally. Hier ist nichts los. Ich bin wach. Ich schwöre. Ich bin zu alt für Kinder-Spielchen. Hey, Augen auf. Ich bin so müde. Ich hab dich im Blick. Das wird mich wacher machen. Lecker. Genauso. Schließ deine Augen. Nein. Das ist eine Falle. Wie war es mit einem weichen Kissen? Wow. Na gut. Viel Spaß. Ich ruh mich kurz aus. Psch. Ich putze hier kurz durch. Lass das. Wann ist das staubig hier? Hey. Zieh Leine. Oh, okay. Was ist das? Ich muss wach bleiben. Yes. Wusste ich's doch. Ich musste nur abwarten und Tee trinken. Folg mir. Hey, Schlafmütze. Schläft tief und fest. Und Tauchstation. Zeit für einen Klassiker. Das ist mein Lieblingsstreit. Das wird lustig. Die werde ich brauchen. Gleich wird es laut. Achtung. Was war das? Zum Glück haben wir das auf Video. Nicht so laut. Ein gutes Nickerchen. Ein Baummonster. Hey. Von wegen Monster. Nimm mal diese Kinder. Das geschieht ihm recht. Wow. Ein Punkt. Oh. Tut mir leid. Das war abgefahren. Das hättest du sehen müssen. Sieh mal. Er schläft. Ich hab eine Idee. Payback. Boom. Ich hab die Nadel. Halt deine Ohren zu. Mami, rette mich. Was? Nice. Das sieht wütend aus. Jetzt müssen sie schuften. Das ist so schwer. Keine Pausen. Schon besser. Oh. Final. Ellie, fang den Ball. Aua. Schon gut. Ich kann das. Oh. So ist gut. Siehst du das auch? Oh. Eine Nachricht. Das wär mir so peinlich. Nicht schlafen. Los. Mach weiter. Nein. Bitte nicht. Vorsicht. Echt jetzt? Bewegung. Da lang. Hey. Er hat seine Brille vergessen. Die schnapp ich mir. Halt. Halt bitte. Ich muss mal verschnaufen. Sieh mal da. Ich hab eine Idee. Ich mach schnell ein Foto. Ich mach schnell ein Foto. Dann droge ich das aus und schneide die Augen aus. Ich brauch etwas Kleber. Perfekt. Jetzt klebe ich sie auf die Brillengläser. Genauso. Echt clever, oder? Niemand wird etwas ahnen. Zeit für ein Nickerchen. Das war klasse. Das war klasse. Jake konnte wohl nicht mithalten. So geht das nicht. Zeit für einen Streich. Vorsichtig. Das steht ihm echt gut. Was soll das denn? Überraschung. Nein. Hebt mir etwas Kuchen auf. Er sieht so affig aus. Nicht wahr, Ellie? Ellie? Bin ich eingeschlafen? Sieh dir Jake an. Ellie gewinnt diese Runde. Okay. Dann schlafe ich jetzt weiter. Immerhin gibt es Kuchen. Wir werfen einen Blick auf den Punktestand. Unentschieden. Die Schulglocke. Ups. Ich muss jetzt los. Was geht hier vor sich? Wo ist der Lehrer hin? Was? Du? Das war lustig. Ups. Sorry, Miss. Würdest du diese Challenge gewinnen? Wie würdest du dich wach halten? Schreib es in die Kommentare. Vergiss nicht, das Video mit Freunden zu teilen und unseren Kanal zu abonnieren, damit du keine lustigen Videos mehr verpasst.